Hallo und willkommen zurück zur Baldur's Gate 3, hier im Zirkus. Ja, Schattenherz raucht immer noch leise vor sich hin. Wir haben hier gerade... äh, gerade ist gut, wir haben gestern, also jedenfalls wir haben... ...uns hier durchgekämpft. Und ich würde gerne mal... ...auf den Friedhof gehen hier hinten. Mach mal das Schloss auf hier, ich will ja mal gucken, was auf dem Friedhof so los ist. Oh, das wird eng. Tempel der offenen Hand. Der Tempel der offenen Hand ist nicht das, was ich, äh, gedacht habe, was ich wohl finde. Na, dann wollen wir doch mal gucken. Halt! Was, ich weiß nicht, ob ihr euch merkwürdig benehmt, weil ihr ents... ersetzt wurdet, oder weil diese Gruppe voll am Entwürdig gestalten ist. Hm? Wir können nicht. Und trotzdem habe ich die Grundlage wie... ...Munerleicht durch die Läge. Dieser Wärm ist ein... ...pauervolles Läge, nicht wahr? Du siehst auch aus, als hätte sie gerade Blut gespendet. Oh, nicht so glücklich. Schau mal die Kraft, die es uns bringt. Ich kann nicht so glücklich gehen, um zu spüren, um zu spüren, um zu spüren, um zu manipulieren. Es gibt noch ein Vampire in den Regeln wie ich. Obwohl, die Flügel zu spüren ist ein Problem, aber warum nicht die Vorteile, wenn wir können? Wir stehen dir bei. Machen wir. Du hast was gut bei mir. Was steht hier? Hallo? Gibt's hier Kranke? Hilfe! 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 Geh schnell! Ich habe nicht all den Tag bekommen! Ach! Wer ist dieser? Wie ist der gestorben? Ja. 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 Vater Logan. Ich glaube ihn jetzt in die Tasche zu greifen wäre, ich sage mal unschicklich. Oh, was ist das denn? So einwillig! Komm mal alle mit rein, bring die Spinne mit und mach die Tür zu. Was ist das? Was ist das? Lass dir mal anquatschen hier. Nein, der spricht nicht mit jedem. Hallo? Entschuldigt mich, Zivilistin, der Boden einer Flasche erwartet mich. Seid ihr denn kein Zivilist? Das Spiel nimmt eine Wendung, die mir komisch ist. Was habt ihr all... Die Freude ist ganz meinerseits. Seid nett! So, und das Mädchen? Komm mal her, Kleine. Du bist wahrscheinlich... Ah! Ja. Du bist nur klein. Nicht, bis wir Vater Logan vermitteln. Ja. Hm. Cool mit Pool. Hahaha, das reimt sich. So. Da hinten sind noch ein paar Zivilisten. Hey, kurzer. Das stimmt. Ich bin auch hier. Was ist das, was ihr? Da war es nicht so. Seid, nicht mehr. Das ist das, wie ihr Vater Lorchland hat. Wie hat das funktioniert? Es ist genau. So, wenn Vater Lorgan wählerisch gewesen wäre, wäre er vielleicht noch am Leben. Good luck. Walk well. Geht gut. Hier sind wir. Dann gehen wir hier hinten nochmal gucken. Ich will ja immer noch auf den Friedhof. Habt ihr hier Heiltränke? Braucht ihr den noch? Nein, nicht, wenn er kommt. Das ist mir jetzt... Halt, bleib mal stehen. Lasst uns reden. Jetzt will ich nur packen, meine Kuchen und weg. Investigator? Das Miniatur-Mastodon ist so viel wie Rats in der Pantre oder Fliege in der Suppe. Vater Lorgan ist weg. Verletzt. Und jetzt verletzten sie einen Refuge für ihn. Ach, guck mal hier, wir haben schon einen Namen. Fällt es euch wirklich... fällt euch vielleicht jemand ein, der Lorgan tot sehen wollte? Da geht's höchstwahrscheinlich wieder... Ne, warte. Ich geh da mal gucken, ne? Ach, das ist hier. Okay. Kommt mal alle wieder raus. Und, äh, alle, ja? Alle heißt auch Gale. Gott sei Dank, Gale. Welchen Teil von alle verstehst du nicht? So, jetzt kommen alle rein. Alle heißt auch Gale. Guck mal, geht doch. So, Käfer bleibt draußen. Ich merke das schon. Mir egal. Und was ist hier? Wir haben die Küche schon wieder gefunden. Küchen gibt's hier ja ohne Ende, ne? Ich lass den Käfer jetzt da, wo er ist. Oh, wir genießen mal die Aussicht, ne? Hier hat wieder einer was vergraben. Guck, dass ich immer eine Schaufel in der linken Brusttasche hab. Todeswolke. Äh, die gebe ich Gale. Und den Diamanten, den behalte ich. Den schiebe ich mir ins Hase. Gibt's hier noch irgendwo? In the name of the cryo, won't come back. Okay. So, da hinten sehe ich eine große Höhle. Ich glaube, dass wir hier in diesem Dorf noch um einiges... Einiges erkunden müssen. Tempel der offenen Hose. Äh, Hand, habe ich das laut gesagt? Ja. Mach mal zu. Ach, guck. Scheint mir aber eine... So, mach mal die Tür auf, damit der Käfer mit rein kann. Und die Tür mach mal zu. Käfer ist drin. Und es geht hinab. Tempel der offenen Hand. So, wir werden hier nicht... ...drin rumklauen und ähnliches. Uh. Hier ist ein großes Feuer. Wahrscheinlich ist das die Fußbodenheizung. So. Dann werden wir hier mal rausgehen. Und ich hoffe, dass wir jetzt... ...auf den sogenannten Gottesacker. Also auf den Friedhof gelangen. Hier sind zumindest schon mal Särge. Und es gibt hier eine Holzkiste, die mal nicht rot ist. Oh. Das ist schon mal gut. Noch eine Schaufel. Ich soll euch jetzt hier nicht den Friedhof umgraben. Einmal den Friedhof auf links, oder was? Grabstein. Ja. Wir sind hier. Genau da, wo ich hin wollte. Wir werden hier. Einmal der Schüttel und ihr Kinder hat. Wir kommen ans Ziel. sewt ihr auf ihre Grave. Wir werden in der Glaube sein. In der Inütung sind sie in der Waffe. Milly Rumbarrel. that利益 von der der Abzlust. Keks. Ja. Immerhin haben sie ihm Kekse aufs Grab gelegt. Eine nette Geste, wie ich finde. So, was kann das Ding hier außer unsichtbar werden, wenn ich dahinter bin? Wie gesagt, hier unten. Das ist was Schönes, da komme ich jetzt aber so nicht hin. Das ist aber auch nicht schlimm. Ein frisch ausgehobenes Grab. Halt Grabsteine lesen. Mikkel Hornkiss, gave all to the lepers, fell to the malady himself. He is a beacon to us all. Dominic Sunni lost himself to addiction, but found peace in Ilmater. Bilgor ist ja der, genau, von dem sie sagen, wir gucken mal, was Bilgor zu sagen hat. Ein Tiefling, kann ich den? Konnte nicht irgendeiner hier mit den Toten reden? Hattest du hier nicht irgendwie das Talent? Ich glaube ja nicht, dass er das war. Wir sollten den fliegenden Fanti suchen. Heilender Trank? Den nehmen wir mit. Hier gibt es noch einen Pfeil. Guck, mein Käfer hatte hier artig auf uns gewartet. Na komm, alle wieder rein da. Hier ist wahrscheinlich. Hier müssen sie mal wieder aufräumen. Alles gut, ich werde hier drin nichts anfassen. Dies ist ein heiliger Ort. Okay, der Käfer ist mitgekommen. Zirkus der letzten Tage. So, hier liegt immer noch das Blut. Rostiges Beil. So, da hinten steht einer. Gloria, die quatschen wir mal an. Ach Gott, Entschuldigung. Ich hab's zuerst gesehen. Leibkäse. So, äh, Gloria, kann ich dich mal sprechen? Ich dachte, du warst ein Teil des Show-Up-Fast. Aber das war real. Ja, ich war echt. Ich bin tatsächlich nur zufällig hier vorbeigekommen. Patty? Ja, ich bin auch ganz stolz auf mich. Guck mal, ich hab'n Käfer dabei. Nicht schon wieder, genau. So, Fridor. Oh, guck mal, Doppelgänger ist ja fast in Deutsch. Ja, die Mieze-Katze, die ist nicht mehr... Elina, komm, wir quatschen die mal an. Ist das ein Gnomin? Ja. Wie könnte das passieren? Zu Dribbeln? Zu meinem Haus? Ich kann nicht glauben, wir mussten auf einen drühen, zu verbreiten. Du hast grüne Haare. Etwas Make-up aufgetragen. Ja, warte mal, du Typ hier mit dem Hut. Hier, der spielt sehr harmonisch. Einen Augenblick noch. Ja, spielen wir erstmal zu Ende. Das klingt gut. Das klingt gut. So, während er hier Tre-la-la-la macht, ähm... Das ist der Zirkus, der Friedhof, der Tempel. Es ist ja schön, wie er spielt, aber ich würde sagen... Redet doch mal ein bisschen mit mir. Wenn ihr wüsstet, was ich da gerade erlebt habe. Ich könnte jetzt petzen. Hm. Wie geht, was denn da passiert? Hoffentlich merkt das keiner. Was ist hier? Kann ich hier... Hier hochklettern? Hey, hallo. Ich kann besser gucken. Und der Käfer bleibt unten, ne? Spinnen können nicht so gut klettern. Ich möchte ja nicht, dass das einer erfährt, aber... Meine Spinne hat Höhenangst. Das ist ein schönes, großes Haus. Ein leerer Dachboden. Und da kommen wir. Die Kuh hier oben wollte nicht mit uns reden. Ah, mit dem reden wir mal. Die haben... Hallo? Bitte. Bitte. flüchtlinge sind doch keine streune war das jetzt gut so guck mal noch lange überdüte in fact do I know you know but I know you I was told to keep watch for you and point you towards home should you ever appear and low you have appeared your friend is inquisitive a dangerous trait you sure you want to have this demon on this yes I trust her whatever you have to say say it very well first you need to continue onwards into the lower city then seek out a place called the house of grief it may not be quite what you expect but I assure you it's the right spot go there make yourself known you'll be given the welcome you deserve can't you show me yourself oh no I must remain here in truth I'm glad to keep my distance for now there's been some tension in the ranks seems a great deal is riding on the outcome of your mission besides I have business to attend to where's to sell a great endeavor can't run on faith alone need funds have a look this is what a good idea otherwise I think we're done try not to do too much in the city mother's waiting if you're looking for companionship I hear they can cater to almost every taste in interest is caress I am not on offer unfortunately let's mal gucken ich muss ja jetzt ich gerade auch liebkosungen aussah hier hat er die dicke wurst ja kann ich mir schon vorstellen ne stangenbrot so nennt er das so was haben wir denn da ein nymphenumhang person beherrschen will ich haben außerordentliche verkleidung wäre was für astarion er für kälte einbruch ach das ist wieder hier so eine stangenwaffe aber ich habe die tanzende brise höllenreiter bogen 6 bis 13 12 bis 7 konzentrierte sinne ja den lasse ich mal den unerwartet der ist besser was habt ihr sonst noch im angebot fliegen fliegen haben wir im kuhstall so was kann ich dir denn mal geben die liebkosung der wahren liebe das biete ich dir den biete ich dir das schwert war schon cool tote beleben der clowns hammer soll ich mich von dem teddy trennen schweren herzens blitzresistent ich habe den trank sowieso nicht gemocht färbemittel gelb kein mensch braucht gelbe farbe heilender trank gelähmt vergiftet kreativ ja das ist nicht schlecht giftresistenz tier und tote und rollender donner und hier die toll den tollen brutzpanzer glaub mir den brauchst du immerhin ist der 50 wert nachricht vom tribunal das ist ass das ist der kleine golem einfaches gift ich habe das nie benutzt aber die taschenwerfer mit hier entsprechend brauche ich nicht das kann ich von natur aus so lass mal gucken hier wo ist mein nymphen umhang ich blind in der tat ich bin blind ich gehe da mal ins inventar ich gehe mal raus dann geh doch so nochmal inventar da ist er guck mal so ein kleiner schnuffiger so und den kriegt astarion hat glaube ich gale hat weiß ich gar nicht erstmal schattenherz ich hätte euch gerne den umhang gegeben weil das hat schon hat schon was so gale hat schon so einen lappen und astarion hat auch einen lappen wunderbar das war die letzte so ich glaube wir müssen hier mal dringend für ordnung sorgen lasst uns hier mal hingehen warum hauen eigentlich immer alle ab wenn ich komme stinke ich gefängnis gefängnis dass das deathening silence did wend i have something to ask this guard has no interest in speaking to a criminal hm Inhaltsverzeichnis. Letzter Durchgang. Och Gott. Enver Flüm. Der eine Weise unter Straßenkindern. Bla bla bla. Von hier kann man nicht schnell reisen. Ein Schlafsack. Eine Holzkiste. Ich finde das eigentlich recht komfortabel. Eimer. Kann ich den benutzen? Darf ich den mitnehmen? Warte mal. Ach guck. Aber ich durfte meine Spinne mit ins Gefängnis nehmen. Das ist ja niedlich. Ich... Okay. Komm doch hierher. Komm doch. Komm doch rein hier. Hey, ihr müsst schon reinkommen hier. Das geht zwar ins Auge, aber das ist mir jetzt wurscht. Okay. Oh, 204. Warte mal. Komm, ich boxe dich. Das ist jetzt gut. Alle gegen mich. Habe ich so einen Unsichtbarkeitstrank? Nein, na? Okay. Okay. Ich komm, ich boxe dich. Es tut mir leid. Au! Au! Komm, ich boxe dich. Vorzeitige Entlassung. Der ist jetzt auch nicht schlecht, ne? Tür zu. Hätte ich das nicht abschließen können irgendwie? Ich habe meine Wurzeln. Es ist zu viel zu bear. Ich habe meine Wurzeln. 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 Fünfzig? Hundertzweiunddreißig? Nicht schlecht. Wie viel habe ich davon? Nicht genug. Lass mal reden. Du kannst meine getragene Unterwäsche kriegen. Glaub es mir. Ich habe meine Wurzeln. Ich habe meine Wurzeln. Wurzeln. Ich werde jetzt hier Bubu machen. Wir, äh... Schattenherz wird uns retten. Irgendwie. Vor allem muss man die ganzen Sachen wiederkriegen. Wo sind die alle? Das ist doch doof. Wo ist denn hier? Komm mal her, mein Freund. Äh... Ja. Ach, guck. Du bist nicht allein. Nein. Ja, aber, ähm... Ne, ich habe nur keine Waffen. Das ist alles. Ne, wartet dann, äh... Astarion. Entschuldigung. Moment. Entschuldigung. 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 Und ich bin der Dukes' Wir gucken mal, ob er dann... Aber wir wollten doch unbedingt... Das sind Spenden. Habt ihr zufällig... Oh, guck mal, hier gibt es noch einen Weg von hinten rum rein. Wo finde ich das Gefängnis? Oh, guck mal. Habt ihr da zufällig Teddybären? Ich frage ihn mal. Oh. Jetzt reagiert er anders. Okay, ähm... Ich nehme ja nichts mit, also... Habt ihr irgendwelche Teddybären? Sind das blaue Weinbären? Das sind alles Nahrungsmittel. So weit, so gut. Okay, die sind schon schlecht geworden. Kleidungsstücke. Oh, gut. Na ja, das ist alles Spendengut. Ich könnte ja was reinlegen. Ja, das ist alles. Ich hab die Teddybären gefunden. Ja. Können wir die Spieluhr mitnehmen? Ja, ich würde jetzt gerne einmal ins Gefängnis gehen und meine Leute wiederholen. Wo mögen die sein? Währenddessen... Also den Feuerelementar, den fühl ich eigentlich ganz pfiffig, weil der hält uns warm hier. Kann ich mit dem Feuerelementar reden? Ist die Tür noch offen? Darf ich mal durch? Ist wieder zu, ne? Das ist jetzt doof, irgendwie. Ich möchte jetzt nicht wieder von vorne. Hm. Okay. Ich würde sagen, wir werden uns mal... ...hier hinten... ...hier hinten... ...hier hinbegeben. Genau, hier will ich hin. Okay. Okay. Das ist mal gay. Gay ist ein guter Quatschkopf. Mahlzeit. Bezahle ich das? Ach, nein. Okay, ähm... Komm, Astarion. Let's move. Ich finde das nicht gut, dass wir hier zu zweit lang laufen. Zumal ich hier sehe... Oh Mann, das hätte ich vorhin haben müssen, da wo wir noch zusammen waren. Okay. Ein verfaulter Fisch. Ich würde sagen, wir gehen hier mal nach rechts. Ich muss ja... Ich muss ins Gefängnis irgendwie, aber... Nicht mit Einladung, sondern freiwillig. Komm, das nehmen wir mit. Ein Höhleneingang. Aber der Höhleneingang ist... Naja... Ist halt hier. Hallo? Ist hier jemand? Fackeln. Fackeln. ... 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 Huch, der ist doof! Komm ran auf den Meter Huch, der ist doof So, pass auf Wie viel hat der noch? 10 Beißen kann ich den nicht Also, piks ich sie So, piks ich Untertitelung. BR 2018 Der war jetzt gut. Haha. Nicht schlecht. Zu zweit. Ich würde aber trotzdem gerne mal heilen. Und alle Heiler sind nicht da. Briefe nehmen wir immer mit. Eine schöne große Höhle ist das. Aber wir sind echt nur zu zweit. Ne. Macht. War schon richtig. Komm. Hopp, hopp, hopp. Hier ist eine Blutspur. Hast du nicht noch die Fackel dabei? Ja, klar. Ja. Ja. Frühlingsgewand. Ich nehme das Frühlingsgewand mit. Das kann gar nicht schaden. Leere Trankflasche. Hier gibt es Geld. Eine Klampfe. Ich nehme keine Klampfe mit. Bitte um Almosen. Hm. Mach mal an die Fackel hier. Und räume mal hier auf. Nein, ich will dir nicht den ganzen Müll mit aufheben. Hm. Hm. Weiß. Okay, das ist so ein bisschen Es brennt nicht Komm ich da hin? Dicht dran Ich würde sagen, wir wollen raus hier Todeswolke Okay, das ist so ein bisschen Wo geht es hier hin? Dann gehen wir mal hier hin Mal gucken Hier gibt es Eine Feuerschale Hallo Ich sage, bevor wir da jetzt reingehen Machen wir hier einen Cut Weil wir haben schon wieder eine Stunde am Stream Ja, und dann würde ich sagen Schauen wir mal, was hier drin ist Zu zweit Mir fehlen die anderen Ich vermisse sie